Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von AusfahrTV für Große. Ich bin Tobi, 1,96 m groß, stehe an der Opel Arena hier in Mainz und möchte euch zeigen, wie der Opel Crossland X für die Großgewachsenen unter uns funktioniert. Ich mache auch direkt mal die Tür auf und bekomme hier den Einblick in ein wirklich riesiges Einstiegsfenster, bei dem ich gar keine Befürchtung habe. Auch der Abstand zwischen dem Lenkrad und dem Fahrersitz ist wirklich ziemlich groß, sodass ich mich auch ganz einfach hier auf den Sitz setzen kann. Wobei ich gerade gemerkt habe, dass es doch nicht ganz so einfach ist, weil ich mit dem Rücken ein bisschen hier in der B-Säule hängen bleibe. Wie gesagt, der Sitz ist auf die, wie schon so oft gesagt, der Sitz ist auf die niedrigste und auf die hinterste Position eingestellt. In dieser Konfiguration haben wir auch eine Sitzflächenerweiterung, die uns noch mal so 2,5 bis 3 cm mehr an Sitzauflage bietet. Und wenn ich jetzt mal versuche, die Bremse ganz durchzutreten, habe ich hier wirklich, und das obwohl wir ein SUV fahren, ein ansatzweise ganz durchgestrecktes Bein. Ich habe wirklich massig Platz für meine Beine. Auch der Abstand zwischen dem Lenkkanal und meinen Knien ist gigantisch. Ich komme gar nicht irgendwie in die versuchen, mit meinen Händen beim Lenken irgendwie die Oberschenkel zu kitzeln. Und das gefällt mir wirklich alles wunderbar hier. Und für die Kopffreiheit kommt ihr am besten einmal rum. Bevor ich jetzt mit der Kopffreiheit anfange, muss ich euch darauf hinweisen, dass wir hier in diesem Fahrzeug das Panoramadach verbaut haben. Ob man jetzt ohne Panoramadach ein paar Zentimeter Kopffreiheit mehr oder weniger hat, kann ich leider nicht einschätzen. Das müsst ihr euch dann beim Händler angucken. Ich schaffe es aber trotzdem eine flache Faust zwischen meinem Kopf und den Dachhimmel zu bringen. Das bedeutet auch, wenn ich irgendwie Sachen aus den Taschen krame, kitzeln meine Haare nicht die ganze Zeit den Dach holen. Wenn ich jetzt den Unfall simuliere, ich werde nach vorne gerissen, der Gurt reißt mich zurück, lande ich, ja, doch, ich glaube, ich lande sogar. Ja doch, die Kopfstütze erreicht mein Hinterkopf mindestens auf Augenhöhe, was ja immer ein Anzeichen dafür ist, dass man hier tatsächlich im Falle des Falles dann auch einen sicheren Halt in der Kopfstütze findet. Auch auf dem Beifahrersitz ist der Sitz auf die niedrigste und auf die hinterste Position eingestellt. Auch hier haben wir die Sitzflächenerweiterung. Und wenn ich jetzt mal versuche, meine Beine durchzustrecken, ist es wirklich unglaublich, weil ich finde, ich kann sie quasi überstrecken. Also ich komme gefühlt nicht mal ganz hier hinten an alles an. Ich könnte noch ein paar Zentimeter größer sein, ohne dass hier meine Beinfreiheit noch irgendwie zusätzlich eingeschränkt werden würde. Wenn ich meine Beine aufstelle, habe ich hier auch keine Kante, die mich stört. Obwohl das das kleinste Fahrzeug aus der Opel X-Familie ist, habe ich trotzdem im vorderen Bereich den meisten Platz. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Der gute Jan hat gerade auf dem Fahrersitz Platz genommen, um ihn auf Sicht, sprich auf ein Fahrer, der 1,80 Meter groß ist, einzustellen. Der Platz zwischen Fahrersitz und Rücksitzbank ist ziemlich groß. Wir haben den SUV, das heißt, der Einstieg ist auch ein bisschen höher. Ich stelle einen Fuß rein, klappe meinen Kopf ein wenig um, damit mich der Dachhäum hier nicht rasiert und kann mich aber sehr angenehm hier hinsetzen. Ich habe ausreichend Beinfreiheit. Das sind so zwei flache Hände, die zwischen meinem Knie und dem Fahrersitz noch passen. Ich kann die hier variieren. Ich kann auch meine Füße unter den Fahrersitz stecken, sodass ich wirklich sehr angenehm viel Beinfreiheit habe und der ganze Raum im unteren Bereich mir ausreicht. Wie das nach oben herum aussieht, guckt ihr euch am besten an und kommt dafür einmal rum. Die Kopffreiheit hier hinten, ist allerdings nicht mehr ganz so üppig. Wenn ich jetzt versuche, hier irgendwie die Kopfstütze zu erreichen, habe ich hier nicht einfach nur, dass mein Kopf eingeklemmt wird, sondern ich muss ihn tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen zur Seite lehnen, damit ich überhaupt rankomme. Mein üblicher Trick, ihr kennt ihn, ich rutsche einfach ein Stück nach vorne und lasse mich dann in den Sitz fallen, aber da habe ich einfach nicht genug Beinfreiheit für und wenn ich mir das gerade hier so angucke, muss ich wahrscheinlich jetzt bei den kompakten Wagen noch einen weiteren Punkt hier mit hinzufügen. Ich sitze quasi auf dem Gurtschloss drauf, wenn ich mich hier nicht so ganz in die Seite quetsche. Das heißt, wenn ich hier ganz normal sitze, dann, ich meine, ja, ich bin ein bisschen breiter als der Durchschnitt, aber trotzdem finde ich es das schon ein bisschen extrem, dass ich mir quasi hier meine ganze Seite einknicken würde, wenn ich mich anschnalle. Ich kann das einfach hier einmal kurz zeigen. Vielleicht ist das doch gar nicht so dramatisch, wie ich es jetzt empfinde. Doch, aber das merkt man schon und das ist auch irgendwie ein bisschen unangenehm. Aber trotzdem würde ich hier irgendwie zwei, drei Stunden mitfahren können, ohne dass ich mich beschwere. Der Fahrersitz ist jetzt wieder auf meine Position, sprich auf einen Fahrer, der 1,96 m groß ist, eingestellt. Ihr könnt es selber sehen, der Platz zwischen Rücksitzbank und Fahrersitz, Rückenlehne ist quasi kaum vorhanden. Ich versuche jetzt, das erste Bein steckt, das zweite auch und wenn ich mich hinsetze. Ja, nee, also hier merkt man doch dann tatsächlich, dass es ein sehr kleines und kompaktes Fahrzeug ist. Ich habe absolut keinen Platz. Meine Knie bohren sich komplett hier in den Fahrersitz rein. Der hat da richtig unangenehm zwei Druckstellen dann hinten am Rücken und des weiteren ist im unteren Bereich quasi hier so auf Schienenbeinhöhe auch noch mal eine ziemlich unangenehme Kante, die mir sehr, sehr, sehr unangenehm in die Schienenbeine reindrückt. Ich kann meine Füße zwar noch ein bisschen hin und her schieben, aber ich würde hier wirklich maximal 20 Minuten fahren und das auch nur, wenn es irgendwie Backsteine regnet und ich wirklich nicht vor die Tür will. Und extra für euch der handelsübliche Durchschnittsjan, der jetzt versucht mit seinen 1,80 Meter hinter mir in einem Opel Crossland X Platz zu nehmen. Der Einstieg ist ein bisschen komplizierter. Der Platz zwischen Fahrersitz und Rücksitzbank ist nicht allzu üppig. Er bohrt seine Knie in die Rückenlehne des Fahrersitzes, sodass der da definitiv auch etwas spüren wird. Alles in allem kann er aber seine Knie ein bisschen nach außen stellen, sodass er dann doch noch ein bisschen Beinfreiheit hat und so maximal ein bis zwei Stunden mitfahren würde. Vielen Dank, Jan! Auch aus dem Opel Crossland X gibt es hier ein paar kurze Fahreindrücke von mir. Zuallererst rede ich ja immer über die Rundumsicht. Beim Blick nach vorne bemerke ich eine relativ schmale Windschutzscheibe, das jetzt aber auch noch nicht störend. Ja, das ist also in Ordnung. Über die linke, wenn ich jetzt Quatsch, wenn ich aus dem Fahrerfenster rausgucke und meinen Kopf zur Seite drehe, bekomme ich einiges von dem Dachholm und von der B-Säule mit. Das ist irgendwie, wenn ich ein bisschen hin und her wandere, dann sehe ich dann doch einiges draußen, aber ich will schon darauf hinweisen, dass ich hier wirklich die B-Säule direkt vor Augen habe quasi oder direkt vor dem linken Auge habe vielmehr. Der Schulterblick über die rechte Seite ist vollkommen in Ordnung. Da gibt es jetzt nichts, das mich als großen Fahrer zusätzlich blockieren würde. Über die linke Schulter, wie eben schon mal angemerkelt, habe ich da die B-Säule, die schon irgendwie ziemlich breit ist und auch wie gesagt direkt hier auf Augenhöhe ist. Aber zusammen mit dem Blick aus dem Außenspiegel und dem Rücksitzbankfenster ist das in Ordnung. Gut, das habe ich also abgehakt. Ach nein, genau, das ist ein Punkt noch, bevor ich losfahre. Wir haben hier das optional, ich schätze, es ist optional das Head-Up-Display verbaut. Ich habe hier auch Einstellungsmöglichkeiten, sodass, wenn ich auch ein Stück größer bin oder ein Stück kleiner bin, ich mir das noch auf meine Körpergröße anpassen kann, sodass ich es die ganze Zeit sehen kann. Möchte aber sagen, dass es wirklich sehr blöd irgendwie genau zwischen Armaturenbrett, Scheibenwischer und Motorhaube liegt, sodass die Ziffern tatsächlich nicht auf die Straße projiziert werden, sondern wirklich hier eher auf diesen Kontrast zwischen schwarzem Innenraum und dann eben dem Straßenbelag, auf dem man gerade unterwegs ist. So, jetzt aber hier genug stehen geblieben und los. Ihr seht ja, dass ich fahre. Das meinte ich auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch nicht ganz so viele Langstreckeneindrücke sammeln können hier in dem Opel Crossland X. Ich mag die Sitze aber wirklich sehr gerne. Die fühlen sich gut an. Ich habe eine sehr tiefe Sitzfläche, sodass ich auch auf längeren Strecken irgendwie keine ermüdenden Oberschenkel bekommen würde. Das gefällt mir alles sehr gut. Auch der... Ups, jetzt blinke ich sogar, obwohl ich hier auf dem Parkplatz drehe. Das nenne ich mal vorschriftsgemäß. Wenn ich hier zu den Seiten rutsche, merke ich auch, dass ich angenehm viel Halt habe und das trotz meiner etwas fülligeren Körperstatur. Das ist also alles in allem ausreichend. Auch die Bedienung des Infotainmentsystems ist kein Problem und ich würde hier dem Fahrzeug auch definitiv eine Langstreckentauglichkeit zusprechen. Und dann wollen wir auch nochmal checken. Okay, also definitiv ist im unteren Bereich des Opel Crossland X nicht der Knopf, sondern in der Mitte. Anders als bei den anderen X-Modellen. Jetzt ist die Kofferraumklappe aber offen und wenn ich hier darauf mich zubewege, dann merke ich schon, ich habe hier das Schloss der Kofferraumklappe auf Nasenhöhe diesmal. Das heißt, das wird so vielleicht 1,90 Meter, vielleicht 1,91 Meter sein. Ich glaube nicht, dass man tatsächlich versehentlich hier vorlaufen kann oder das unterschätzt, wenn man so groß ist wie ich. Wenn ihr ein bisschen kleiner seid, solltet ihr euch das definitiv angucken, weil ich glaube, dass die Kante auch ziemlich schmerzhaft sein wird. Ein Stück weiter zur Seite haben wir hier oben eine kleine Kante, die ist auch ziemlich hart, aber abgerundet. Alles in allem würde ich das jetzt noch nicht als so kritisch einstufen, aber ihr solltet euch definitiv nochmal angucken, wenn ihr größer seid als ich. Beim Rausbücken aus dem Kofferraum bleibe ich hier an der Hutablage auch ein bisschen hängen, die gibt aber nach, ist nicht ganz so schmerzhaft, ich versuche mich aufzurichten und klemme mich selber schon mal hier einmal unter der Verschalung der Kofferraumklappe ein. Wenn ich jetzt nach hinten gehe, bleibe ich hier mit dem Hinterkopf an dem Schloss hängen und das ist auch ein bisschen schmerzhaft, sodass ihr wirklich, wirklich vorsichtig sein solltet bei dem Opel Crossland X. Ha, auf Anhieb zugemacht. Der Opel Crossland X funktioniert für die Großgewachsenen unter uns also nur eingeschränkt. Im vorderen Bereich ist das also gar kein Problem, wir haben eine sehr angenehm große Fahrzelle und das obwohl es das kleinste SUV aus der Opel X Familie ist. Nach hinten hin wird das Ganze dann ein wenig knapper, wenn ihr also regelmäßig mit mehr als drei Personen unterwegs seid, solltet ihr euch das Ganze definitiv nochmal beim Händler angucken. Gerade auch, weil ich jetzt hier leider nicht sagen kann, wie sich das bei der Kopffreiheit ohne Panorama-Glasdach verhalten würde. Genau dieses Fahrzeug haben wir leider nicht für euch im Stream. Jan hat in der Vergangenheit für euch aber auch natürlich die ausführliche Videokaufberatung mit dem Opel Crossland X schon abgedreht. Der Link ist unten im Beschreibungstext auch angegeben. Und an dieser Stelle bleibt mir nichts weiter als zu sagen. Von Mainz bis Nairobi, grüßt euch, euer Tobi. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020